Skull Island Servus Freunde, wir haben jetzt gerade ein bisschen Langeweile und warten auf unseren Marco mit dem Bagger zum Verladen der Stämme. Da haben wir uns gedacht, dass wir mal den Pfarrer Protoss mal kurz vorstellen. Also ich persönlich bin extrem begeistert von dem Helm. Ich habe den das erste Mal auf einer Messe gesehen, eine Forstmesse, irgendwo in Bayern. Das könnte schon so 7, 8, 9, 10 Jahre her sein. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann der rauskam, der Helm. Da gibt es schon ein Stück auf dem Markt. Ich fand ihn damals relativ klobig, so optisch. Und dann durfte ich ihn mal aufsetzen. Da hat er ja noch richtig Geld gekostet. Der ist zwischenzeitlich ein bisschen billiger geworden. Und wie gesagt, ich hatte den auf gehabt und das Teil saß perfekt. Ich war sofort davon begeistert. Den habe ich mir vor drei Jahren mal eingekauft. Ja, wie sagt man, eine zweite Haut? Nee. Keine Ahnung. Naja, egal. Wie angegossen? Ja, genau. Macht jede Bewegung mit. Du hast hinten einen Schnappverschluss, der die ganze Sache ratzfatz fixiert. Zack. Hält wie verrückt. Ich habe jetzt mein Unterzieher nicht drauf auf den Kopf, deswegen ist es ein bisschen größer eingestellt. Kann man auch relativ schnell verstellen. Auf relativ viele Kopfgrößen anpassbar. Festgemacht. Hält. Die Gehörschütze kann ich einfach nach hinten wegklappen. Das finde ich auch ganz cool. Nach außen und nach hinten. Also ich setze einfach mal auf. Mach mal fest. Ja. Dann einfach zack, zack und fest. Hält. Gibt dem Held natürlich auch noch mal Stabilität. Ja. Das Visier ist natürlich auch der Hammer. Also nicht wegen dem Bild, sondern gibt es zwei verschiedene Lochgrößen von dem Visier. Das ist glaube ich jetzt die kleine. Das ist jetzt die kleine. Das ist die kleine. Das ist ein Millimeter. Da gibt es glaube ich noch mal zwei Millimeter oder sowas. Na zu dem Visier. Es gibt eine Brille noch, die man einfach hier oben einklicken kann. Hier an den. Das sieht man hier ein bisschen. Kann man das einklicken. Da kann man die Brille runterklappen. Als Sonnenbrille oder als Schutzbrille, wenn man das Visier mal nicht benutzen will. Nehmen die Baumkletterer, glaube ich. Oft. Ja und natürlich noch ein Kinnriemen. Ja stimmt. Matze, hast ja recht. Ja. Schweißband wie bei anderen Helmen auch drin. Das ist der Austausch und Waschen. Das ist alles mit Klett. Geht relativ schnell. Ich habe hier noch eine Freisprecheinrichtung eingebaut. Weil die von Fahrer finde ich nicht ganz so gut. Die ist extrem teuer und funktioniert nicht ganz so gut. Hier haben wir von Sena. Das ist eine ganz einfache Motorradfreisprecheinrichtung. Gibt es ein Mikrofon, was man rausklappen kann oder halt ein Mikrofon, was man einkleben kann. Wir haben die genommen. Das ist ein Plus. Bluetooth. Kann man halt Musik damit hören. Macht arbeiten natürlich noch ein bisschen mehr Spaß. Jo. Soviel zum Fahrer. Gibt es in vielen diversen Designs. Man kann es auch direkt selber designen lassen, glaube ich. Du kannst ja aus tausend verschiedenen Varianten auswählen. Genau. Belüftung ist extrem gut. Fand ich von Anfang an. Ja. So, was soll ich noch sagen? Setz mal auf. Ja, noch feilig. Setz mal auf. Ich setze noch und legte noch im Bett an. Ja, als Fahrradhelm. Ja, als Fahrradhelm. Ja, das ist nicht bekannt. Ach, das ist keine Ahnung. Kann man auch als Fahrradhelm nehmen. Ja, wahrscheinlich. Auch mal den Deckel ziehen. Ja. 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 Na, jo. Tada! Ciao!